ah ja so nächstes game nächstes game ich will nicht zu spielen ich will auch nicht schon wieder rakan da spiel ich lieber garan garan bringt das aber nichts dann nehmen wir einfach lieben mit beschützer brauchen wir auch nicht schützschlag bringt auch nichts wir nehmen das da mit weil wir können auch die bewegungen des gegners nicht einschränken von dem her nehmen wir einfach abriss mit und passt schon oh cool das hat genau den schlager und den es gab den die den die 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 aber aber nicht so breit wie man ihn normal kennt schauen wir mal ich hab den schon auf stufe 4 ich hab den echt schon so oft gespielt ich meine ich spiele alle champions quer durch die bank ich hab halt so viele champions auf level zwei oder drei zeit wahnsinn ein paar habe ich auch auf 4 und einen und zwei auf fünf so ich weiß noch nicht wie ich das mache ob ich das einfach dann so so ob ich zwei folgen also zwei games in einem wie in ein video packe dass ich mal so ein paar videos nur halt mit mit arams macht oder ob ich jedes game ein video mache ich weiß nicht muss ich schauen problem ist halt wieder weil ich halt mehrere also mehr runden in ein video pack um so länger dauert es halt mit hochladen und wenn meine internetverbindung wieder rum spackt dann ja schwierig da dann was hochzuladen ich schaue einfach ob ich dazwischen irgendwie so ein cut machen kann so ein kurzes dass ich halt dann immer so 20 minuten games hochladen wir brauchen können wir wollen aber auch nicht auf damage gehen spiel gern immer auf tank im arm ad ad ap ad 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 fiss wird aber echt eklig werden ja das geht schon so den trank nämlich dann beim nächsten mal mit das schaut so lustig aus irgendwie also ich verstehe warum leute sagen dass das gehen einfach nicht zu garen passt aber die retromocke ist geil ich feiere das auch super geil ich finde das hat auch so geil bei dem asia weiß luschen sie redromocke dann auch geil und ich muss sagen die klinge schaut geil aus hätten die da irgendwie noch so so ein geiles jenny katana oder so genommen diese diese serie troste katanas das wird das jetzt so lustig ausgesehen bei gern ins kinder ich noch mal ziemlich geiler gemacht bin ich ja ich will ja meine ich meine q zuerst max oder soll ich meine b max für die tank ist gleich macht jetzt einfach mal so damit wir hier auch ein bisschen damage spielten können das ist immer so geil rumpel also rumschreit wenn er stirbt und wenn das immer wenn es dann immer so laut wird und dann fliegt das so weg und dann wird es immer leise und dann konnte nur mehr so auf so gut bin ich jedes mal lustig allein nur wegen seiner sterbe animation würde ich schon würde ich schon rum main werden das einfach so unfassbar lustig ist holy shit ich bin ja gar nicht tanki was wollte ich jetzt ich wollte mir in rüstungseiten kaufen brauchen auf jeden fall rando ins hier ich kann leider halt nicht warten auf 400 kriegen wir schon hin ich glaube heute ist so 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 eine richtige richtig schöne nacht wo ich nur rein viele ich einfach kein game so richtig rein kommen wo ich aufnehmen obwohl ich quasi wie sonst was wo ich normalerweise bei lol eigentlich hier ruhig bin ich finde es aber cool man sieht ja schön den unterschied wenn er seine e macht ich bin ich gut ich bin ich gut der fisch steht das in menschen mein fisch der nicht 50 steht was ich habe wirklich schlötert man merkt es aber schon krass alter wenn die wenn die die nicht alles ich bin noch reingelaufen ich könnte jetzt ein super unten von denen ich bin halt einfach scheiße ich bin einfach bad wieviel der mensch mache ich stehen das so was plus 8 prozent ist ich glaube da kann ich schon ein bisschen zu einschätzen wie das dann ankommen meine animation ging nicht durch alter warum warum ich mag ich mag es meine wie alter weil das ist mir abriss kam eine rakete hinterher ich bin so blöd alter ich hätte eigentlich andere schuhe kaufen sollen ja weil ich brauche unbedingt die geistessicht einfach unbedingt wegen lebensregeneration ich brauche die unbedingt dass im late game richtig schön richtig schön tanken wochen näher und wir haben schon wieder eine eine 20 1 jinx immer immer wenn ich im arm und gegner team jinx ab schaue einmal aufs board wo die steht 5 1 wo die steht 6 3 wo die städte wie die da 7 2 alter ich weiß gar nicht ob die mich schon getötet hat aber ja es hilft halt schon ordentlich sich mehr einstecken kann mit der w ich brauche doch die griech beraten die griech beraten wir wollen dann wir wollen dann nicht weiter reingehen leute hm ich habe mal frittiert ist irgendwas ja ich verkaufte einfach die schuhe ich weiß es gibt geht ein bisschen gold flöten aber es war dumm mir einfach nur die schuhe zu holen das ist halt gegen fiss viel zu wenig das ist gut gemacht auf jeden fall geht jemand rein ich habe keine assist bekommen wenn meine animation fünf jahre dauert also geil oh ja mein abriss ist schon wieder bereit oh mein nasi juckt wie vorher generiere ich jetzt 9,1 ok Oh, die Luchsböller doch schön rein Alter, wie einfach Alles hinterher geflogen kommt, Alter, holy shit Warum gehen die Leute auch einzeln rein? Alter, der hat gleich geultet Also der hat gleich seine Ult aufgelöst, der macht die doch gar nicht so viel Damage, oder? Also ich spiel's Wayne nicht oft, aber ich glaube, umso länger du sie halt anhältst, umso mehr Seelen er sammeln kann Umso besser ist es, denke ich Ich schau mal, dass wir da so ein bisschen regenerieren Ah, 9,6 sei ich nicht wohl Geistessicht ist halt das Wunder, den Elfgeron Macht's halt, macht ihn halt so viel, so viel kräftiger Entschuldigung Ich kann auch nicht reingehen da Oh, meine Animation ging nicht durch Meine Animation ging einfach nicht durch Also sie ging durch, aber Ja, geil Schön noch ein Dark Haves Deck abgesahnt Kann ich einen Minion ulten? Wenn ich das jetzt ausprobiere, bin ich das gespürt vom ganzen Team wahrscheinlich Von 2,5 auf Was? Warum 33 auf einmal? Alter, was? Skaliert das mit seinem Leben, oder was? 16% ist Maximum Oh, oh Ja, dann brauche ich es wahrscheinlich eh nicht Aber ich muss halt echt schauen, dass sie halt nicht noch mehr Kills kriegt, die Jinx Sonst bin ich auch einfach ein Schnitzel nachher Ein Schnitzel, was viel zu schnell durch ist Normalerweise Das macht aber auch schon ganz schön Damage Fisch Alter, da müssen wir einfach rein, aber die lassen uns einfach nicht Nein, ist jetzt abgeblockt Ich bin scheiße Ich bin so schlecht Alter, ich bin so schlecht, Alter Ich mach genau auf Team Champion Ich hasse mich selber Ich mach einfach auf den fucking Champion, der seinen beschissenen Schild hat Meine Ults Ich bin einfach so ein So ein nutzloses Brain einfach in LOL Boah, immer diese Fehler Wenn du mal eine Sekunde nicht nachdenkst Und dann gehst du einfach nur nach dem, was du siehst und denkst so Oh, der leuchtet blau, da ultig drauf Und im Nachhinein fällt dann so auf Oh Toll, jetzt hat er gar nichts gebracht Was macht der Fist da? Ich mach nicht groß Damage aber Okay Einfach mal random Ignite drauf Warum nicht? Wofür krieg ich jetzt schon? Oh, 44 Oh, jetzt sieht man es sogar schon richtig Oh, schön, danke Boah, Alter Ich krieg meine Ult ja nie durch, Alter So schnell wie die tot sind Meine Güte, ey Halt Ich krieg... Immer당 Ich werde Για... Nichts Man trze Genau W travelling Also, sprich Mei Du mals Sonst Du Du fast volle fälle ist das fast volle fälle die krass nein ich bin so ein licht hier einfach so ein licht ich weiß es ist dumm wenn ich das nehme aber wenn sie in jemand androh vernutzen im stift da instant keiner von uns tank ist rumpel ist auch fuller ap rein mit uns ich hab gar kein dämisch genut krasse q ich bin hier einfach mal ein bisschen noch die gegend war jetzt freund langsam gern an richtig lustig zu werden ich bin hier ich bin hier ich bin hier ich bin hier schön mal in den laser reingelaufen finde ich krass los 27 immer schon lebensregeneration wirds immer höher wie mich das halt noch trifft ist mir da echt immer so ein rätsel Tja, das war jetzt auch richtig schön reingefiedert, ich aber jetzt schon fast unkaputtbar bin. Soll ich nämlich mal kurz regenerieren, wenn es okay ist? Okay ist wohl nicht okay. Und gehen wir halt rein. Demacia! Ach Gerard. Yo! Mein IQ ging noch durch. Oh, Ignaid ist drauf. Oh, ich bin tot. Geil, habe ich nichts dagegen, danke. Jetzt habe ich mein Item. Ähm, Rüstung, 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 Rüstung. Ähm, ich brauche... Ah, wie heißt das Item nochmal? Das hier ist glaube ich ganz gut. Ah, das brauche ich nicht. Jetzt brauche ich den Trank nicht mehr. Ah, da können wir uns gleich mal so ein drittes Item holen. Das hier. Noch ein bisschen Leben. Ich bin gleich mal so ein drittes Item. Unsere Tatenformen unsere Welt. Beistift muss ich fünf für dreizehn. Ja, die haben Discas im Team, das stimmt. Ja, der hat ein Discas im Team, das stimmt. Da 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 Tadaaa Sterbe ich an Ignite? NEIN! Oh man ich bin so schlecht ey Oh ich könnte mich jedes Mal aufregen über meine Dummheit Ooooooh Ich habe es jedes Mal Ich würde mich jedes Mal so aufregen einfach weil ich Das war halt echt nicht gut Ich hätte schon viel früher rausgehen sollen Ich war halt nicht greedy oder so Ich wollte halt einfach nur rein, dass halt alle auf mich gehen Dass mein Team halt was machen kann Aber So Sollte ich hier sterben Erfroren Nein 6 5 13 bin echt nicht zufrieden 6 16 Uiuiuiui Tag ich bin auch wieder da Oh Scheiße Ich bin auch wieder da Okay Wenn ich die Ash ultere dann mache ich mehr Damage Also mein Erzfeind ist Ja das ist los in der Anfang So jetzt sind wir Oh Die macht schon guten Job Die Luchs Sie macht schon guten Job die Das Luchs der Elemente oder? Ey das war wieder Saruman Boss das war ja freude sandra die sandra spielt ja ich nicht so die sandra von vorhin spieler und geblockt okay der schon mal weg ja ich komme da nicht so klar werfen wir einfach alle ihre defensiv spells entgegen ja geil schön immer super wenn leute zu grünen werden ich will den kill haben kommt den krieg ich noch ich bin ja voll live und da stehen ja auch noch vier andere stehen ja auch noch vier andere champions die mich töten wollen ist ja viel zu wenig da geht noch ich bin auch nicht mehr tschüss naja jetzt bin ich aber ganz schnell weg hier drei sekunden kann ich nicht warten also ich meine wenn ich zu meiner lebensregeneration kommen dann dann ist alles gut aber ich mich dazwischen nicht recken kann dann bin ich tot acht sekunden schuss der text biet halte oh der blutdürster das merkt man noch gar nicht kannst du ruhig noch ein bisschen mehr regenerieren wenn ich finde ich nice erst mal so die backline ein bisschen ausgedünstet ich habe jetzt doch schon tot kriege ich meine er hat ja noch ein viertel leben zirka ich habe jetzt schon langsam ein assist ich will eigentlich gar keine kills aber meine ulti ist halt leider normal ein killstealer alter war der schnell weg der tower wahrscheinlich weil er leider auf damage genau so Und er hat das Ding schon wieder tot. Ich wollte doch immer wieder mit dem Hotel. Tschüss. Ah, scheiße. Es sind alle fünf von uns tot. Das hier und dann das hier. Oh, ich brauch noch mehr Rostung, Alter. Das hier ist ein gutes Item, denke ich. Ich kann halt nicht noch was kaufen. Vier, drei, Alter. Die Lebensregeneration will ich gar nicht sehen, Mann. Bin ich, ich glaub mit Level 18 bin ich dann bei 80. Mit, ähm, wie heißt's? Äh... Äh, mit, äh, mit Geistessicht und so. Aber ich, ich glaube es ist schaffbar. Das ist schaffbar, wenn man sich einfach ein bisschen... Okay, Ult ist raus. Alter, wie ich einfach aussehe, Mann. Demacia! Ich bin einfach nur noch so... Ich bin einfach nur ein leuchtender Kegel. Bin einfach wie so eine Neonleiste, die ganze, die da rumläuft. Ein Neonleisten-Boy. Neonleisten-Boy. Der wird jetzt einfach alle auf mich gehen. Der wird jetzt einfach alle auf mich gehen. Neonleisten-Boy schlägt zurück. To see. Alter, wenn ich noch krasser geslot werde, Alter, dann... Da-da-da! Tower ist wichtiger, ich werde das Game gewinnen, wenn es geht. Ein, das schafft man. 13,6. Damit bin ich, äh... relativ zufrieden. Noch ein Poro füttern, ganz wichtig. Sack. Haben wir auch noch mal die Lux vor einem Tod gerettet. Cool. Geil. Ein A- ist schön. Freue ich mich sehr darüber.